Mascha Kaleckou Zeitgemäße Ansprache Wie kommt es nur, dass wir noch lachen, Dass uns noch freuen, Brot und Wein, Dass wir die Nächte nicht durchwachen, Verfolgt von tausend Hilfe schreien? Habt ihr die Zeitung nicht gelesen? Saht ihr des Grauens Abbild nicht? Wer kann, als wäre nichts gewesen, In Frieden nachgehen seiner Pflicht? Klopft nicht der Schrecken an das Fenster, Rast nicht der Wahnsinn durch die Welt? Siehst du nicht stündlich die Gespenster Vom blutig-roten Trümmerfeld? Des Tags im wohldurchheizten Raume, Ein frierend Kind aus Hungerland, Des Nachts im atemlosen Traume, Ein Antlitz, das du einst gekannt? Wie kommt es nur, dass du am Morgen Dies alles abtust wie ein Kleid, Und wieder trägst die kleinen Sorgen, Die kleinen Freuden tagbereit? Die Klugen lächeln leicht ironisch, Söller wie des Lebens Sinn, Denn ihre Sorge heißt lakonisch, Wo gehen wir heute Abend hin? Und nur der Torenherz wird weise, Sieh, auch der große Mensch ist klein, Ihr lauten Lärmer, leise, leise, Und lasst uns sehr bescheiden sein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.